Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video, herzlich willkommen, wir legen direkt los. Wir haben als allererstes Thema direkt eine heftige, eine wirklich unfassbare Entgleisung unseres geliebten, besten Bundeskanzlers, den wir jemals hatten, Olaf Scholz. Zitat, die AfD ist auch eine Partei Russlands, heißt es hier. Und da müssen wir erstmal direkt kritisch hinterfragen, ist es was Negatives jetzt mit Russland irgendwie verbandelt zu sein oder ähnliches? Und zweitens, ich bewerte aber die SPD, die Ampel und auch die CDU und andere Parteien ein bisschen anders. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Wir gucken uns erstmal an, was genau abgelaufen ist. Das ist nämlich hier die Regierungsbefragung, die bereits gestern stattgefunden hat. Und da ist der AfD-Abgeordnete Stefan Codré hingegangen und hat hier die Sanktionen gegen Russland als nutzlos bezeichnet und eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland gefordert. Und da stimme ich dem Mann bei beiden Sachen bei. Denn die Maßnahmen, die wir erheben, das ist wirklich unfassbar schlimm für uns. Und auf der anderen Seite sollte man Nord Stream 2 endlich mal starten. Wo ist das Problem? Aber nein, Olaf Scholz sieht das ganz anders. Zitat, sagt er dann dazu. Ich halte fest, die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands. Und da frage ich jetzt mal euch, wie ist das denn SPD? Hm, Putin-Freund Schröder schrieb hier der Fokus. Auch seine eigene Partei will ihm jetzt an Altkanzlerversorgung kürzen, hieß es vor einigen Wochen im Mai zum Beispiel. Und das sind ja innige Freunde. Also da sehe ich eher eine Verbindung von SPD und Russland, wenn man es jetzt so sieht. Oder auch Manuela Schwesig sind ja auch zahlreiche Sachen abgelaufen in den letzten Monaten. Und ja, ein Putin-Geständnis von Schwesig war nötig. Die SPD muss nun einen bitteren Schritt machen. Das ist doch das Übliche, was wir kennen von der SPD oder überhaupt von der Ampelkoalition. Die Wahrheit wird wieder mal nicht ausgesprochen. Es wird von dem eigenen Fehlversagen, der eigenen Politik, der eigenen Regierung komplett versucht abzulenken. Und dann heißt es nämlich weiterhin von ihm hier, Scholz bekräftigte, dass Deutschland sich auf den Verzicht auf russisches Öl und Gas vorbereite und dafür auch die notwendige Infrastruktur errichte. Ja, ich habe gerade gestern, glaube ich war es im Video, darüber berichtet, dass das Ganze mit den Tankern und LNG nicht funktioniert. Das kann nicht umgesetzt werden. Das haut nicht hin. Das ist wirkliche Energiesicherheit für Deutschland im Sinne aller Bürger, heißt es hier. Ja, und sorry, Herr Scholz, aber das ist es definitiv nicht, wenn man eine verfügbare Pipeline nicht einschaltet, nicht benutzt, wo es den Leuten und den Firmen in diesem Land so schlecht geht, dass man es aber benötigt und haben muss. Das ist doch eine Politik, die komplett gegen die eigene Bevölkerung geht. Und ich frage hier gerne nochmal, inwiefern ist denn die AfD jetzt so eine böse, schlechte Partei, wenn sie noch nicht mal irgendwo in der Regierungskoalition auf Bundesebene war? Also wie können sie denn dann irgendwas falsch gemacht haben? Das erschließt sich mir ehrlich gesagt gar nicht. Da sehe ich dann die Parteien der letzten Jahre, das sind 16 Jahre mit Merkel beispielsweise, die überhaupt erst diese Verträge mit Russland gemacht hat, sich beziehungsweise Deutschland uns dadurch in diese Abhängigkeit gebracht hat und Olaf Scholz hat das Ganze weiter forciert über die letzten Monate bevor der aktuellen Situation. Da hätte man es ja schon viel früher langsam sukzessive abbauen können. Aber nein, man macht jetzt einen Radikanalschnitt und dass das nicht funktionieren wird, sollte jedem klipp und klar sein. Dann heißt es hier unten auch noch weiterhin, in Richtung Mineralölkonzerne gab er eine klare Ansage hier, er fordere die Konzerne auf steuerliche Entlastungen an die Kunden weiterzugeben. Ja, grandios. Das wird die jetzt auch kümmern. Also das kannst du doch nicht mehr vervollnehmen. Es ist doch nur klar, dass wenn die Leute hier die Möglichkeit haben, die Mineralölkonzerne, dass sie es dann so ausnutzen werden. Das kannst du nicht mehr vervollnehmen. Schreibt eure Meinung unten rein. Ja, Freunde, per Telegram habe ich ja hierzu auch schon etwas gepostet. Mittlerweile ist es, surprise, surprise, in unserem Mainstream angekommen. Niederländische Polizei feuert sogenannte Warnschüsse auf die Teilnehmer der Landwirte-Demo in den Niederlanden ab. Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, was da passiert, was da für eine Eskalation gerade stattfindet. Absolut unfassbar. Und nochmal, diese Informationen kursierten vor Tagen bereits schon in zahlreichen sozialen Medien. Und jetzt so langsam, wo das ganze Thema relativ groß geworden ist, da kommt unsere Presse auf einmal damit um die Ecke, gerade gestern, 6.7., diese Nachricht. Und haut das raus. Das kannst du auch nicht mehr vervollnehmen. Das ist doch wirklich unfassbar. Und wenn man sich, und ich bin nicht so sehr in diesem Thema drin, muss ich ganz klar als Disclaimer davor weg sagen. Schreibt mal gerne was dazu in die Kommentare. Aber ich habe den einen oder anderen Landwirt bei mir in der Community, die sich auch sehr darüber aufregen. Und ein paar Niederländer sind auch dabei. Grüße gehen raus. Der eine oder andere hat mir da ein bisschen was darüber erzählt. Und was ich auch recherchieren konnte und auch im Google-Übersetzer bei niederländischen Seiten gesehen habe, ist dann zum Beispiel, das stand nämlich auch, kann ich nochmal aufrufen hier gerade, in einem Kommentar hier unten mit drin. Das ist wirklich halt krass, dass bei dieser Gesetzesvorlage, um die es geht, er als finales Mittel ebenfalls die Beschlagnahmung und Enteignung von privaten Landwirtschaftsflächen vorsieht. Ja, und dadurch dann, wie Rose hier auch schreibt, 30 Prozent der Landwirte können dadurch ihre Existenz verlieren. Ja, was willst du dazu noch sagen, Leute? Es ist unfassbar, was hier abgeht. Ich finde es einfach nur noch krass. Und das bezieht sich ja jetzt hier auf die Niederlande. Aber wartet mal ab, was hier in Deutschland noch so alles auf uns zukommt. Unfassbar. Ja, Freunde, nur eine Eilnachricht jetzt zumindest zur Mittagszeit, wo ich dieses Video gerade so gegen halb drei aufnehme, ist, dass Boris Johnson den Rücktritt antritt. Genau, er hat nicht mehr so die Zustimmung innerhalb seiner Partei. Und dementsprechend, er sagt dann hier das Ganze, ich möchte, dass sie wissen, wie traurig ich bin, den besten Job der Welt aufzugeben. Und ich bin ein bisschen verwirrt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähnlich wie das ein Kommentator hier in den Kommentaren nämlich geschrieben hat. Der Norbert schreibt das nämlich. Ich habe immer noch nicht verstanden, was außer ihm, außer einem Party-Excess vorgeworfen wird. Was hat er denn konkret politisch falsch gemacht? Hierzulande kamen an Banken und Beratern, Millionen an Steuergelder zukommen lassen und schon in jungen Jahren lobbyieren. Was das Zeug hält oder einfach den eigenen Lebenslauf aufhübschen und macht dennoch problemlos Karriere. Und das kann man ja wirklich ganz, ganz ellenlang weitermachen. Maskendeals kann man hier in Deutschland problemlos machen, etc. pp. Also die Liste ist ja wirklich sehr, sehr lang. Und klar, diese Party-Excesse, damit hat der Boris Johnson womöglich ja gegen geltendes Recht verstoßen. Aber jetzt denkt doch mal an Deutschland, wie hier gegen geltendes Recht verstoßen wird, gegen das Grundgesetz verstoßen wird, etc. Das steht doch in gar keinem Verhältnis, was jetzt da drüben abgelaufen ist, dass er natürlich Gesetze gemacht hat mit Maßnahmen, allem drum und dran, die Leute da nicht mehr so sich ausleben konnten wie gewohnt und er das Gegenteil gemacht hat. Keine Frage, das kann man absolut verurteilen. Aber diese Selbstbereicherung, die wir hier über die letzten Jahre ganz eklatant bei vielen Politikern in Deutschland gesehen haben, das ist doch unfassbar. Das ist doch wirklich unfassbar. Und Norbert hat ja auch ein paar schöne, gute Beispiele angezogen, so, dass wir hier Politiker haben, ich würde keinen Namen nennen, die sich aber an zahlreiche Sachen, mit wem sie sich dann getroffen haben, etc. nicht mehr erinnern können. Das wird hingenommen im Verhältnis zu ich mache eine Party und verstoße dagegen Ausnahmsgesetze. Der Boris Johnson, der hat ja immerhin noch diese Eier zurückzutreten. Wie kleben denn eben genannte, angespielte Politiker wirklich an ihren Ämtern? Und an der Stelle muss man doch hier wirklich klar sagen, gibt ja auch so andere Politiker, ich werde hier weiterhin keine Namen nennen, die aber, ich sag mal, dem Gesundheitssystem in Deutschland nicht gerade dienlich irgendwie vorgehen oder sich das falsch. Aber nein, die treten nicht zurück, auch wenn nachgewiesene Ergebnisse von Studien, von Evaluierungen, etc. komplett das Gegenteil von ihrer Politik bestätigen, dass sie alles falsch gemacht haben. Nein, weiterhin kleben sie am Amt. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Leute, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Deutschland im Regen stehen gelassen, Habeck rechnet mit Merkels Klimapolitik ab. Ach, ist das schön, wenn die Wahrheit verkannt wird und über die Geschichte sich einfach nicht erinnert wird. Anders kann man es doch nicht mehr sagen. Da heißt es hier, bei einer Rede im Bundestag hat sich Wirtschaftsminister, also bitte sag doch Klimaminister, also Klimaminister hier, Robert Habeck, nebenbei gesagt, wer das nicht weiß, das ist wirklich unser Klimaminister. Es gibt einen Minister für Klima, das muss man sich mal reinziehen. Was will man da jetzt klimatisieren oder was? Kannst du alles nicht mehr vervollnehmen? Zutiefst kritisch über die Klimaschutzanstrengungen der Regierung unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel geäußert, man könne sich nicht vor Eisbergen fotografieren lassen und vergessen, dass diese schmelzen. Wenn man sich vor Eisbergen fotografieren lässt, aber vergisst, dass Eisberge schmelzen. Wenn man aus allen möglichen Dingen aussteigt, zu Recht, aber vergisst, dass man dafür eine Infrastruktur aufbauen muss. Wenn man klimapolitische Beschlüsse fasst, sie aber nicht mit Maßnahmen hinterlegt, dann lässt man Deutschland im Regen stehen, sagt er nämlich ganz hier genau. Und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Das sagt Robert Habeck. Der Kandidat, hier im Video zu sehen, der Kandidat, der seit Wochen und Monaten hingeht, nach Maßnahme gegen Russland gerade ausspricht und uns damit richtig massiv schadet, wie wir jetzt in den Preisen und allem drum und dran sehen, nebenbei gesagt, unter Merkel gab es keine achtprozentige Inflation. Klar, das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis die Inflation gekommen ist und so weiter. Es war absehbar, dass es passiert. 16 Jahre Merkel und so weiter. Nichtsdestotrotz hätten diese Minister hier seit über einem halben Jahr im Amt die Möglichkeit gehabt, zahlreiche Sachen anders zu machen und zahlreiche Sachen auch bedeutend besser zu machen. Nämlich nicht so, wie sie es aktuell machen. Einfach, wenn man einen Gedanken hat, das denke ich mir bei so vielen Politikern häufig, gerade beim Habeck, wenn er einen Gedanken hat, so, gehen wir jetzt hin, nee, Nord Stream 2 werden wir nicht aktivieren, dann sollte er bitte das Gegenteil machen. Der Gegenteilminister sollte einfach dann sagen, okay, das ist jetzt mein Gedanke, dann muss der hundertprozentig falsch sein, mache ich das Gegenteil, dann wird es richtig sein für Deutschland. Also das kannst du dir einfach nicht mehr ausdenken. Die Politik ist offensichtlich nicht die Lösung in unserem Land, sondern das Problem. Das sind die Problemverursacher. Das ist es doch. Und diese Wahrheit wird verkannt. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch fürs Video, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid, haut rein, bis zum nächsten und ciao.